Der kleine Drache Kokosnuss und die Buchstaben Leute, lieber leise sein, hier kommt jetzt mit L ein Reim. Mein letztes tolles Abenteuer, ohne Meer und ohne Feuer, das begann ganz ohne Wind, in einem dunklen Labyrinth, ich wollte kurz verschnaufen, konnte nicht mehr laufen, meine Sicht war verschwommen, ich war nicht angekommen, da fand ich eine Lampe, die gleich darauf hell brannte, sie gab mir Licht, mehr brauchte ich nicht, ich fand ein Loch, durch das ich dann nach draußen kroch, im Labyrinth, wo die Löwen sind, da bitte nicht mehr rein, lieber bleib ich daheim. Leute, lieber leise sein, hier kommt jetzt mit L ein Reim. Mein letztes tolles Abenteuer, ohne Meer und ohne Feuer, das begann ganz ohne Wind, in einem dunklen Labyrinth, ich wollte kurz verschnaufen, konnte nicht mehr laufen, alles war verschwommen, ich war nicht angekommen, da fand ich eine Lampe, die gleich darauf hell brannte, sie gab mir Licht, mehr brauchte ich nicht, ich fand ein Loch, durch das ich dann nach draußen kroch, im Labyrinth, wo die Löwen sind, da bitte nicht mehr rein, lieber bleibe ich daheim. Willst du einen anderen Buchstaben kennenlernen? Dann klicke auf das Videobild.